Ein Platz wie eine Bühne mit einem mittelalterlichen Turm als Kulisse. Hier spielt die Schlussszene von Goethes Drama Götz von Berlichingen. Gärtchen am Turm überschrieben. Die Szene endet mit den von Goethe erdachten letzten Worten des Ritters vor seinem Tod. Himmlische Luft, Freiheit, Freiheit. Goethe hat sein Schauspiel im Herbst 1771 begonnen, ohne Heilbronn, ohne den Turm zu kennen, in dem der historische Götz 1519 für eine Nacht eingesperrt war. Der Dichter war erst 22 Jahre alt, als er das Stück verfasste. Er war gerade als Lizenziat der Rechte von der Universität Straßburg abgegangen und arbeitete nun als Rechtsanwalt am Frankfurter Schöffengericht. Die Anregung zu seinem Stück hatte Goethe aus der Lebensbeschreibung Herrn Götzens von Berlichingen, zugenannt mit der Eisern Hand, entnommen, die dieser um 1560 im hohen Alter von etwa 80 Jahren verfasst hatte. Goethe berichtet in Dichtung und Wahrheit über sein Interesse an gewissen Gegenständen, die sich bei mir eingewurzelt hatten und sich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wollten. Es war Götz von Berlichingen und Faust. Die Lebensbeschreibung des Ersten hatte mich im Innersten ergriffen. Die Gestalt eines rohen, wohlmeinenden Selbsthelfers in wilder anarchischer Zeit erregte meinen tiefsten Anteil. Götz Götz von Berlichingen ist eine literarische Figur, eine poetische Erfindung um einige tatsächliche historische Ereignisse herum. Der vielleicht wichtigste Unterschied, bei Goethe stirbt Götz während des Bauernkriegs 1525 vor dem besagten Turm. Der historische Götz starb erst 1562, also 37 Jahre später, auf seiner Burg Hornberg bei Neckar-Zimmern. In Heilbronn lag der historische Götz ab 1519 mehr als drei Jahre in Gefangenschaft. Die erste Nacht im kugeligen Turm, wie der Bollwerksturm damals hieß. Danach in ritterlicher Haft im Wirtshaus zur Krone, damals neben der Kilianskirche gelegen. Hier richtete sich der historische Götz für doch sehr lange Zeit ein. Er empfing auch Besuch, etwa seinen Schwiegervater, den Ritter Arnold Geiling von Ildesheim, der während des Aufenthalts in Heilbronn verstarb und hier begraben wurde. Nach seiner Entlassung stritt Götz von Berlichingen mit dem Heilbronner Kronenwirt um die Kosten. Er beschwerte sich beim Rat der Stadt darüber. Generationen von Schülern mussten sich mit dem komplexen Stoff beschäftigen, den Goethe als Schauspiel dramatisiert hat. Das ging auch mir selbst so, der vollgemalte Titel meiner Schülerlektüre zeugte von. Göthe wollte im Götz nach seinen eigenen Worten einen der edelsten Deutschen darstellen. Sein Freund Johann Gottfried von Herder sah in dem Stück ungemein viel deutsche Stärke, Tiefe und Wahrheit, obgleich hin und wieder es auch nur gedacht ist. Das Drama vom edlen Ritter, über den die neue Zeit hinweg geht, Die tragische Figur des Götz von Berlichingen hat also wenig zu tun mit den Ereignissen in Heilbronn, weder 1519 noch 1525. Dazu passt, dass die Heilbronner aus Geschäftssinn aus dem viel imposanteren viereckigen Turm an der Südwestecke der Stadtbefestigung einen Götzenturm gemacht haben, und das schon zu Lebzeiten Goethes. Götze selbst war 1797, also 26 Jahre nach der Niederschrift des Dramas über Götz von Berlichingen, zum ersten Mal in der Reichstadt Heilbronn. Er hinterließ einen ausführlichen Bericht über die Stadt, ohne den Ritter oder sein Gefängnis im Turm auch nur mit einem Wort zu erwähnen. In Heilbronn blieb Götz mit seinem berühmten Spruch populär, aber auch als Likörmarke und im Haus der Stadtgeschichte kann eine Nachbildung seiner berühmten Eisernen Hand besichtigt werden.